So, hallo, ich zeige euch heute mal das billigste und beste Mittel zum Mulchen. Das liegt überall rum, gratis. Die Blätter, die nehme ich jetzt und das im Garten. Das Mulchmaterial verwenden. Ich habe meine Finger mit Hackschnüssel abgedeckt, die mache ich jetzt mal weg. Und dann steigen wir die Blätter auf der Scherde und dann machen wir wieder zu. So, jetzt kommen wir da. So, jetzt tue ich es schön verteilen, schön bleichmäßig. Eine wunderbare Abdeckung hält bis zum nächsten Herbst. Und selbst wenn man da im Sommer bei 30 Grad aufmacht, ist alles nass. Ich kann es auch mit Kompost zum Beispiel bedecken, dass der Wind nicht wegweht. So, ich setze hier auf meine Hackschnüssel. So, ich setze hier auf meine Hackschnüssel. So. So. Gratis, gut und in rauen Menge verfügbar im Herbst. Viel Spaß beim Nachmachen. Das muss jetzt auch nicht so genau sein, dass wir darauf nicht herausschauen.